Musik 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 Was wird das? Hm? Wonach sieht das aus? Das sieht aus, als wenn du ein neues Bild in die Arme kümmern willst. Ja Ich hänge ein Poster auf. Richtig. Ich habe doch hier Machete Poster bekommen. Das hänge ich mir jetzt an die Wand. Eigentlich wollte ich ja ein Planet Terror Poster mit der netten Rose mit ihrem Maschinengewehr am Bein. Das sieht schon richtig heiß aus. Aber habe ich jetzt nicht bekommen. Und da man mir das Machete Poster geschenkt hat. Boah! Ist ja schön, ne? Aber meinst du nicht? Wir könnten mal wieder so ein Video aushauen. So was auspacken. Hm? Videos drehen? Boah! Ich habe da in letzter Zeit so viele Videos gedreht. Ja! Auf dem anderen Kanal da ganzen blöden Testvideos. Warum machst du so'n Scheiß? Das guckt sich doch kein Mensch an. Also ich guck's mir nicht an. Ah, irgendwen wird das schon interessieren. Nur Videos für andere Kanäle am drehen. Die beknackten Testvideos da. Die sind ja noch nicht mal das einzige. He! Dann ist ja noch dieser... Boah! Wie heißt der? Der Spacken da. In dem Anzug da. Der, der... Ah! Sexy Ente! Ey, ey, kannst du mir mal sagen? Guten Abend! Und... Ich habe da so eben... meinen Namen... ...vernommen. Ey, wo kommst du denn her? Die Frage finde ich ja jetzt doch ein bisschen... Sehr intim. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich verstehe den die halbe Zeit noch nicht mal. Hey! Komm mal! Du bist ja auch ein Zeitscheinanliefer. Ich denke... Ich geh mal besser wieder an. Dann bist du weiter. Meine Klasse hier. Und weg ist der. Ja, mit... Mit Sexy Ente... ...will ich halt mal schauen, so... Ist ein kleines Experiment. Mal gucken, wie sich der Kanal so macht und... ...wie sich so die Figur entwickelt. Ja, toll! Der Kerl ist echt hässlich. Also... Die Rose wäre deutlich hübscher gewesen. Ja, sag mal aber... Wir müssen doch trotzdem mal wieder was auspacken, ne? Hast du ja nichts? Also ich hätte jetzt Lust, irgendwas auszupacken. Hm? Sag mal! Wenn du was auspacken willst, dann... Ja! Ich war heute bei Saturn. Du kannst von mir auspacken. Oh! So, jedenfalls... Ich guck jetzt erstmal... ...dass ich jetzt erstmal... ...dass ich jetzt im Hänge gekommen. Hä? Ich hab's sonst nicht... Äh! Ja! Hallo! Seid gegrüßt! Hihihi! Heute hab ich etwas ganz besonderes für euch zum auspacken. Und zwar... Hihihi! DOOM! Eine SDHC-Card! Woah! 30 MB die Sekunde! 200 Mal! Whatever! 8 GB von Scandisk! Verpackt in diesem wunderschönen... ...grauen... ...bappdingens! Und da ist dann so ein Plastikteil. Das Ganze kommt ohne Flatschen daher. Hihihi! Echt cool! Boah! Aber ich würd' sagen, wir fackeln gar nicht lange. Wir packen das gleich mal aus. Äh... Wie geht denn das? Wie? F So! Wenn... S... Sag mal, wie geht denn darauf? Hä? Äh... Woah! Was ist denn das für eine Scheiße? ılmışt Äh... Freddy! Kann ich hier wischen nicht mehr, das wird nicht schön. Und, was sagst du zu unserem neuen Poster? Hä? Boah, nerve ich dich nicht mit deinem Poster, ey. Versuch das hier aufzumachen. Boah. Wer macht denn so eine Verpackung? Oh, ja, das ist... Das ist immer noch nicht. Boah! Ist dat ne Schiete! Da, Moment! Ha! Ha! Boah! Hammer! Da isser! Boah! Das Ganze in so nem klitzekleinen Amari. Ha! Wahnsinn! Auch hier vollkommen flatschenfrei. Da haben wir sie. Die SDHC-Karte. Wunderbar! Das macht sich richtig gut im Regal. Wahnsinn! Wunderbar! Ich würd sagen, dann war es das auch schon mit der SDHC-Ultra-Karte von ScanDisc. Hehehehe. Ja! Komm mal, Holger! Oh! Boah! Ah! Posta! Ja, macht sich ganz gut, ne? Sieht schon nice aus bis auf den Typen. Hehehehe. Äh. Oh, ist das warm? Ah! 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 Ja. Der Nachbar muss jetzt auch noch kommen, ne? Der Nachbar muss jetzt auch noch kommen, ne? Pfff! 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 Ey! Nachbar! Weißt du, dass der den ganzen Tag schon schlecht über dich redet? Pfff! Pfff! Ach! Ach! Ha! Pfff! Pfff! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.